Damit transportieren wir unseren, meinen Computer. Genau, unseren. Ja, dein. Unseren. Ja, der gehört der. So, das ist der Niklas. Den Niklas nehme ich mit auf die Gamescom. Der eigentlich andersrum. Ich vernehme dich mit. Ja, du nimmst mich mit nach Wuppertal. Das ist nämlich das Anreisevideo nach Wuppertal. Es geht jetzt von Stuttgart nach Wuppertal. Und der Niklas holt mich mit seinem Kia Picanto ab. Soll ich bitte den Kofferraum aufmachen? Ja, warte. Warte, welche Taste? Guck mal auf. Offen. Ah, und dann einmal. Wir haben extra sogar eine Wolldecke ausgelegt. Und wer sich jetzt denkt, warum filmt der Erik und hilft ihm nicht? Arbeitsteilung. Was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Ja. Ich habe Angst um meinen Computer. Da ist der Hocker, den ich letztes Jahr geholt habe. Niklas, sag mal Hallo. Tschüss. Okay, tschüss. Bis gleich. Wir fahren jetzt rückwärts. Rückwärts, bumm. Das erinnert mich ans Kino, wie du den Stein gerammt hast. Das war, da hatte ich keine Ahnung. Das war vor zwei Jahren, oder? Das war im Kino in Musbach? Äh, ne, Neufahrn bleibt raus. Frankreich? Neufahrn. Neufahrn, ich habe gerade Frankreich gehört. Ja, das ist die Ausfahrt von Stuttgart-Nord. Ich muss jetzt den Niklas ein bisschen lenken. Nein, du fährst jetzt einmal rechts. Auf Rosensteinstraße nach Nordosten Richtung Nordbahnhofstraße. Ich bin noch so nicht so. Ich zeige mal Hallo Niklas. Der ganze Kofferraum ist voller Sachen. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich melde mich dann mal auf der Autobahn wieder. Oder wenn es irgendwas Besonderes gibt. Also, bis denn. Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt den Großteil der Strecke hinter uns gebracht. Wir sind jetzt gerade irgendwo kurz vor Koblenz. Ja, ne? Wir sind jetzt da. Wir haben jetzt so gut wie die gesamte Strecke schon hinter uns gebracht. Es sind jetzt noch 60 Kilometer bis Wuppertal. 38 Kilometer müssen wir jetzt noch auf der A3 bleiben. Und dann geht es auf die A46 Richtung Wuppertal. Und ab Wuppertal kann ich dann selber navigieren. Müsste ich hinbekommen. Hab da lang genug gewohnt. Ich habe jetzt schon Angst, wo ich rauskomme. Ja, wir werden sehen, wo wir rauskommen. Aber schmeck werde ich hinten. Ja, McDonalds findest du immer der Nase nach. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der Einfahrt in Wuppertal. Es sei denn, wir kommen nochmal in Stau, dann werde ich euch das noch zeigen. Aber an der Stelle erstmal bis dann. Und wir sind im stockenden Verkehr gelandet. Ich bin gleich am Sitzender. Ich bin gleich am Sitzender. Ich bin gleich am Sitzender. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020